VfL Wolfsburg vs. 1 FC Kaiserslautern Bundesliga 7. Mai 2011 Selten Sie seltsam kennt sie oder de seltsam kennt sie mein Tipp, Wolfsburg gewinnt mit 1 zu 0 Dies ist ein weiteres Duell, in dem viel entschieden wird, was den Klassenerhalt angeht. Der Punkteunterschiede zwischen den beiden Teams beträgt nur 5 Punkte und es trennen sie nur 4 Tabellenplätze voneinander. Dieses Spiel könnte vieles verändern und die letzte Liga-Runde sehr spannend machen. Die Wölfe haben auf jeden Fall eine spannende Schlussphase vor sich und die Gäste aus der Pfalz hätten mit einem Remy alle sorgenlos. Beginn 7. Mai 2011 bis 15.30 Uhr Die Wölfe haben endlich mal unter der Führung von Margat ihr wahres Gesicht gezeigt und die Rückkehr des großen Meisters Margat hat endlich mal die ersten Ergebnisse gebracht. Am letzten Spieltag wurde ein Auswärtssieg bei Bremen geholt und gerade dieser Erfolg könnte im Abstiegskampf entscheidend werden. Jetzt entscheiden die Wölfe selber über ihr Schicksal und sie sind nicht mehr auf die günstigen Ergebnisse anderer Vereine angewiesen. Wenn all die Ergebnisse für sie gespielt werden, dann könnte das letzte Saisonspiel bei Hoffenheim zu einem Spiel ohne Druck werden. Wenn aber die Ergebnisse gegen Wolfsburg laufen, dann könnte der letzte Ligaspieltag zu einem wahren Krimi werden. In beiden Fällen muss Wolfsburg heute siegen, aber das wird nicht leicht, weil die Lauterer ein sehr unangenehmer Gast sind. Ermutigend ist sicherlich der Sieg gegen Köln, der vor zwei Spieltagen zu Hause geholt wurde, aber wenn man die Gastauftritte der Kölner kennt, weiß man, dass sie kein Leistungsmaßstab sind. Die Wölfe sollten sich lieber auf die gute Leistung aus Bremen besinnen und versuchen ein ähnlich gutes Spiel zu wiederholen. In Bremen waren sie sehr diszipliniert und in manchen Spielabschnitten sogar sehr hart zum Gegner, sodass einige gelbe Karten ausgeteilt wurden. Gerade wegen den Karten ist heute der Angreifer Grafite nicht dabei, aber da er Elie nicht trifft, ist sein Ausfall nur halbwegs bedauerlich. Früher verbreitete Grafite viel Angst in den Abwehrreihen des Gegners, aber in dieser Saison gelangenen ihm gerade mal acht Tore. Er wird von Helmes vertreten, der neben dem immer besser spielenden Mann zu Kick für die Tore zuständig sein wird. Der Rest des Teams bleibt unverändert, was verständlich ist, wenn man zwei Siege in Folge hinter sich hat. Voraussichtliche Aufstellung Wolfsburg, Benaglio, Rita, Gier, Afridrich, M. Schaffer, Josü, Polak, Cicero, Diego, Helmes, Mandukik Die Lauterer spielten bis zuletzt abwechselnd nach dem Prinzip ein Auswärtssieg folgt einer Heimniederlage, aber am letzten Spieltag wurde St. Pauli auf dem Betzenberg bezwungen. Der Dreier gegen St. Pauli war sehr wichtig, weil ohne den letzten Dreier die Roten Teufel in einer akuten Abstiegsgefahr wären. Jetzt ist der Druck fast nicht mehr da, da der Punktevorsprung auf dem Relegationsplatz groß genug ist. Die Gastauftritte haben sie eben nach vorne gebracht. Die letzte Auswärtsniederlage unterlief ihnen am 23. Spieltag in Hannover und danach wurden drei Auswärtssiege geholt. Ein Punkt in den letzten beiden Spieltagen würde alle Bedenken in die Luft auflösen, aber die Tordifferenz ist so stark auf der Seite der Lauterer, dass der Abstieg nur theoretischer Natur ist. Ansonsten hat das Team einige Probleme mit den Ausfällen. Es fehlen Elizevic, Dick und Simonik, was nicht unerheblich ist. Ein Ergebnis wie in der Hinrunde würde ihnen heute passen, aber ein torloses Remy scheint nicht realistisch. Voraussichtliche Aufstellung FCK, Trapp, Kirch, Abel, Rodney, Jessen, Tiffert, Petzos, Morawik, Hlusik, Lakik, Hoferhir kann man nur auf die Gastgeber tippen, weil sie einfach besser drauf sind und dazu noch den Sieg bitter nötig haben. Es haben zwar beide Vereine eine kleine Serie von zwei Siegen, aber die Motivation der Wölfe ist viel höher anzusiedeln. Margat wird seine Schützlinge dementsprechend motivieren und sich keinen Patzer erlauben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020